Ich suche mal mit Pferdeschwanzfrisur egal. Jo. So sieht's aus. NOO! NOO! NET JETZ! Ich schieß den Arsch, du Sau! Aber wie, hey! Achtung, 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 Achtung! Der macht Feufeu! Der macht Feufeu! Feuer! Pfff, scheiße! Jetzt bläst das wieder aus. Ich muss nachladen, ich trau mich grad irgendwie nicht. Ich hab immer Angst, dass er diesen Feuerstein scheiß macht. PENG! Ja, was macht er jetzt? Er will sich... Er will sich heilen. Nix gibt's. BUM! Ja, oder du machst es doch. Fick dich. Da freut er sich. Also Gropeko kann man echt sagen, ist in meinen Augen auch so der Spaßvogel der Dian. Ja, der ist auch ziemlich knuffig, muss ich sagen. Ich mag ihn einfach. Ich mag ihn übelst. Nur die Rüstung von ihm sieht scheiße aus. Ja, wie so ein Cowboy-Indianer. Ich spiel den Cowboy und Indianer. Ich reit mit... Ich reit dich auf, na wette! Das gibt's nicht, echt nicht. Na komm schon, ich will ihn betäuben. Ich komm grad nicht an das Köpfchen ran. Ich würd mich gerne heilen. Soll ich noch Crack-Schuss? Ne. Okay. Ich kann ja mal raett versuchen, ihn einzuschläfern. 12 Schuss hab ich ja. Ja, da kommt er zu lassen? BAM! Jetzt habe ich ihn sauber gemacht. Ja, jetzt müsst ihr einfach einzuschläfern sein. Ja, ja, mach nur. Ist mir gerade egal. Also nicht du, sondern ich meine, jetzt ist Vieh hier. Mhm. Achtung. Geht schon auf dem Fluchtweg. Schade. Nicht getroffen. Was hier? Was heißt nicht schade? Ja, ich meinte gerade den Treffer, den ich nicht gelangt habe. Alter, wir können mal stehen. Bam. Ich muss nachladen. Na komm. Och mein Junge, schlaf doch ein. Bis schlafen. Oh ja, jetzt. Schlafen ist schön. Super. Jawoll. Superst. Jetzt kannst du einen Crack auf den Kopf schießen eigentlich. Ich habe keinen Crack mehr. Achso, eigentlich wollte ich jetzt, dass du auflädst. Warte, ich lasse mich noch nachladen, damit ich gleich mitschießen kann. Ich stelle mich auch mal. Na gut. Ich habe keinen Crack mehr. Leider habe ich eine Fassbombe dabei. Nee, habe ich eine Natur. Du darfst, du hast freie Wahl. Hui und pam. Oh, guck mal, er ist erwartet. Scheiße, zu spät. Er ist zu früh. Mist. Komm, er wieder. Ich kann nicht hochziehen. Sie ist ein. Er haut ab. Nee. Der wird jetzt wahrscheinlich in der Neuen landen. Denke ich mal. Oder er geht jetzt in der Elf schwimmen. Könnte auch sein. Fuck, Logik. Ich gehe schwimmen. Ach, guck mal. Warte, halt. Lass mich zielen. Dann gehe ich mal aus dem Weg. Besser ist das. Jetzt ruft er Lootrote. Oh Gott. Nee, solange es nur Lootrote sind, ist alles gut. Oh, oh, er ruht sich aus. Lad doch nach, du fette Schlampe. Genau, lad doch nach. Scheiß, Dejima. Ey, manchmal habe ich das Gefühl, weißt du, die Intelligenz wird übernommen. Also von dir, also, ja. Nein, halt die Fresse. Ich weiß nicht, was ich treffe, aber ich treffe irgendwas. Also, ich sehe nichts. Was du triffst. Ah, jetzt hast du ihn getroffen. Die, 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 die. Ja, komm, wollen wir zwei Kapp haben oder was? Freude. Ich mache ich glatt, Alter. Guck mal, halt. Irgendwas ist kaputt. Irgendwas ist kaputt. Hier liegt, glaube ich, eine Viren-Träne. Ich gucke mal. Irgendwas ist kaputt. Viren-Tränen. Ja, was? Ja, dann gib die mal ganz, 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 ganz schnell ab. Ich denke die so lange hier ab. Ich mache mich auf die Socken. Ach, da ist er. Wenn ich mich beeile, kann ich dann direkt die Abkürzung nehmen. Mhm. Da, 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 da. Oh. Hm, 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 hm. Also, es ist hier gerade relativ prickelnd. Wie ich versuche, mit einem Schuss Schrot hier erstmal irgendwie alles zu treffen. Was treffen wirst du wahrscheinlich schon. Mit Schrot immer. Ja, vor allem mein Gesicht. So. Da vorne ist die rote Kiste, da geben wir immer Quest-Items ab. Hier haben wir neben Quest A. Abgeben und damit haben wir die neben Quest A erfüllt. Sehr schön. Ach so, ich kann doch gleich mal die Vorrichte nachschauen, was da eigentlich jetzt reingekommen ist. Ich komme sofort. Äh, nochmal Dungbomben. Äh, Wetzsteine kann ich mal mitnehmen. Nimm die Dungbomben mit. Ach so, ja, stimmt. Für mich, für und so, weißt du. Aber jetzt ist es bloß eine Hilfe, weil er heilt sich hier andauernd. Jo, ich komme sofort. Und die Dutrote sind auch nicht gerade der Pipifax hier. Er heilt sich schon wieder, also das, jetzt brauche ich wirklich lange Unterstützung. So, da bin ich schon. Ja, und du heilst direkt wieder, du mieser Penner. Boah, ich prall bei diesem Sack ab, vorne dran. Gott. Ja, es klingt falsch, aber es ist so. Nix gibt's. Alter. Das kann nicht angehen, echt nicht mehr. Na komm. Oh, ich hab den Fall schon betäubt. Hauptsache, einen betäubt. Na komm. Pam. Ah, guck mal, der Kopf ist kaputt. Yay. Sehr schön. Das heißt, der Schnabel ist uns schon mal fast sicher. Jetzt kann er sich auch nicht mehr heilen. Doch. Das kann er noch. Aber ich hab ihm Angst gemacht. Guck mal. Haha, lauf. Run, Fatboy. Du, Drod, geh mal bitte auf den Weg, oder du stehst mir gerade hier in dich. Patsch, also der lässt sich gar nicht schön Zeit mit dem Betäuben, ne? Ja, ja, übelst. Bleib hier. Ach, sie ist ein, er haut ab. Goddammit. So. Ab in die 5. Ja, ich weiß eigentlich gerade aber nicht, wo der Großjaggy ist. Der ist in der 2. Naja, okay. Stimmt, du hast ja die Fähigkeit. Ich weck er es. Haha. Ich versuche ihn nochmal mit dem letzten Schuss einzuschläfern. Geh mir mal aus der Schusslinie. Ja. Dreh dich um. Okay. Ich wollte gerade sagen, das hat funktioniert. Na, er ruft Jaggis. Nein, ruft er nicht. Ah, Gott. So langsam können wir nochmal die Zündsteine kaputt gehen, die bräuchte ich nämlich auch. Dutch. Oh, guck mal, hallo Großjagg. Na, auch du meine Güte. Lauze. Upsi. Kopf kaputt. Lol. Lol. Da. Da, 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 da. Was war das denn? Boah. Boah, alter Schwede. Du kannst auch den von mir weggehen. Ja, greif ein bisschen den Jaggi an. Der ist nämlich gemein. Ich hab eine ganz andere Idee gerade Was denn? Dungbombe Und da rennt er weg Ja, weil er gemerkt hat, dass er stinkt Ja, er ruft ihn gerade wieder Toll Nein, er ruft ihn nicht Schlauze Nein, ich treffe ihn wieder nicht Och Gott, ey, ich hasse es Also die Zücksteine sind wirklich scheiße zu besorgen Mit so einer beschissenen Schärfe Wir müssen ja wenigstens noch einen kaputt machen Ich ziehe schon die ganze Zeit drauf Oh, guck mal Komm, sag mal Einer kaputt Halt mal still, mein Freund Der Zweite muss auch anderen glauben Genau, und du musst auch mal betäubt werden Oh ja, das muss Das wird gut sein Müssen wir ja nicht fangen? Nee, äh ja Nö, killen hab ich Hast du genommen, glaub ich Ja Da, 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 da Fangen wir, glaub ich, dann in der In dem nächsten Gebiet Mhm, in der Sand eben Bamm Ich will mal nachladen Haha Hui Ach, super Ah, wundervoll Weil ich liebe es Und der Zweite Feuerstuhl Zündstuhl ist irgendwie auch kaputt Aua, 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 Aua Ja, ich musste vorbei, sorry Also bei mir ist er noch ganz selbst zu tun Ja, bei mir auch Das langt auch wenn einer kaputt ist, dann kriegt er trotzdem die hohe Rate Ich brauche eh nur ein für diesen Scheißhammer Zwei werden trotzdem besser Oh, guck mal, Humpel, guck mal, Humpel Noll Verhex Ziesche Volkone So Dann schärfen wir nochmal meinen Griff Ich muss jetzt echt sagen, das lief erstaunlich gut Ja, und ich muss einfach kurz zurück ins Lager Abgesehen von den Toten Ja, von deinen Toten Ja, dann folge ich dir mal zum Lager Ja, dann können wir nochmal dort pennen gehen Mhm, und ich muss immerhin mal jemand hier was in Skype schreiben Aha, aha, aha Mit deiner Ex-Freundin vielleicht Was? Mit deiner Ex vielleicht Ja, mit Rocks London Mit Rocks London bester Freundin Ja, ich bin halt nun mal ein Arschloch Und die sind alle beide in der 7 Oh, guck mal, Munition Oh, guck mal, Munition Oh, guck mal, Munition Und da hast du noch eine Dummbombe Dann kannst du auch noch mitnehmen Und noch eine Farbbombe Ein Farbball, meine ich Alles klärchen Dann essen wir nochmal was Die möchte ich da eigentlich Und jetzt drinnen lassen Und Ey, nein, 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 nein Nicht schlafen, nicht schlafen Nicht schlafen Achso, das ist Heilzeug von dir, meinst du? Ja, genau Ich will die 5 da nicht drin lassen Die will ich mitnehmen Ich verballere das mit ihm schnell So, war's auch schon So So, Counter So, Counter Du hast hier noch einen Wetzstein Mini-Wetzstein, ne? Falls du brauchst Oh Stimmt Okay Was sagt die Karte? So, wenn er schläft Kann ich ihm wieder auf den Crack wieder an